Neu an diesem Programm, wir haben sehr viel Rücksicht darauf genommen, auf das, was wir eben auch an Herausforderungen sehen, ist zum Beispiel, dass wir starten mit einem Test. Für die Teilnehmenden, damit die ganz gezielt ihre Kompetenzen, die sie da herausfinden oder entwickeln wollen, fördern können. Das machen wir mit einem Entwicklungsprojekt. Genau, im Rahmen dieses Entwicklungsprojekts kommen ganz unterschiedliche Formate vor, um sich selbst zu entwickeln, aber natürlich auch das Team. Und da werden die Teilnehmenden begleitet von einem Buchclub, von persönlichen Mentoring- und Coaching-Sessions, von ExpertInnen aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft und natürlich auch unseren ProfessorInnen und Dozenten. Das wird tatsächlich eine sehr krasse Herausforderung, weil wir haben ganz viele Menschen. Das ist auch unüblich. Normalerweise hat man einen Lehrenden, eine Lehrende. Diesmal haben wir wirklich drei, vier Menschen, die in einer Sequenz, wir haben insgesamt vier Sequenzen, diese Projekte mit den Teilnehmenden theoretisch und praktisch begleiten, damit es ein Erfolg wird am Ende und wir diesen Next Level Leadership erreichen können. Vielen Dank.